Herzlich Willkommen in Tischen im Vulkanland Steiermark. Ich bin der Lukas und wir sind ein Weingutlockenbauer. Das hat aber nichts mit meinen Haaren zu tun. Ich bin eigentlich ein Quereinsteiger im Weinbau und habe mir in den letzten fünf Jahren mein eigenes Weingut aufgebaut. Es ist gerade im Fertigwerden. Besonders freut es mich, dass ich das hier im Vulkanland machen kann. Wir haben vulkanische Böen, das ist etwas sehr Besonderes. Mir ist im Wein besonders wichtig, dass die Leute merken, wo das herkommt und dass sie einen persönlichen Bezug dazu haben. Ich freue mich auf die Weinmania, weil es eine moderne, tolle Bühne für junge Winzer ist und man ein super Zielpublikum hat. Ein wichtiger Tipp ist, dass die